Moin Leute, die Abgrundetagen für den Eisernen Dungeon sind raus und ich habe mich mal ein bisschen hingesetzt und für euch drei verschiedene Teamvarianten ausgepackt. Die eine mit für wenig Runenqualität, die andere für schon etwas bessere Runenqualität und die dritte für die sehr schnellen Dungeonruns und wo man auch deutlich gute Runen und Artefakte braucht und ich würde sagen, wir starten rein. Rein ins erste Team, ein Team was sehr Free2Play orientiert ist mit einer Ausnahme, wir haben die lebende Rüstung in Dunkel dabei, Zink. Und Zink muss man natürlich erstmal gezogen haben über LD-Rollen, bei denen kann man nicht über einen Free2Play Weg, also beispielsweise über Secret Dungeons bekommen, das funktioniert nicht. Wenn ihr Zink nicht haben solltet, aber trotzdem euch schon mal probieren, dann gibt es eine Alternative, die man erfahren kann und das wäre Ling Ling, die kann auch Buff blocken, aber nicht mit jeder Fertigkeit. Deswegen wird es dann vielleicht ein bisschen ab und zu mal failen, wenn ihr Ling Ling habt, aber das würde ich erstmal grundlegend so empfehlen, damit ihr wenigstens irgendeine Möglichkeit habt. Wir probieren es jetzt allerdings mit Zink und ich zeige euch mal ganz kurz, worauf es hier in dem Dungeon-Team ankommt. Generell, wenn ihr an die Speed-Werte denkt, die ihr so braucht in dem Dungeon, dann ist der Minimumwert, der auf dem langsamsten Monster sein muss, und das ist an sich Zink, weil er nur 98 Base Speed hat, der ist so ungefähr bei 30 Speed. Also, das heißt, ihr könnt generell mit, vor allem dadurch, dass wir hier diese 28er Tempo-Lead haben, ist es vor allem für dieses Team so niedrig, weil wir eben diese Tempo-Lead haben und wir rechnen natürlich damit, dass ihr diese 15% Bonus bekommt aus den Fähigkeiten, die ihr durchs Aufleveln bekommt. Davon gehe ich einfach mit aus. Das heißt, ihr könnt die grundlegend, ihr seht, die Monster sind hier recht schnell gleich, die könnt ihr wahrscheinlich noch ein bisschen weiter runter machen, wenn ihr das mit dieser Würde-Heal Speed-Leap macht. Wenn ihr jetzt ohne Würde hier spielt, müsst ihr die Monster schneller machen. Schnellstes Monster im Bunde ist dann auch Zink, der ist hier auf Defense, Crit-Damage, Defense und sollte das erste Monster sein, was bei euch dran ist. Ich habe ihn jetzt noch ausgeskillt, müsst ihr allerdings nicht machen, jetzt in diesem Team, aber in dem späteren Team, was dann Team 3 ist, was ich euch vorstellen werde, da muss er wahrscheinlich ausgeskillt sein, damit der Dungeon-Man wirklich gut funktioniert. Ich habe ihn hier auch auf 100 Crit-Rate, ist wichtig, weil ihr habt jetzt hier keinen Attribut-Vorteil oder irgendwas und ihr habt auch keine Crit-Rate-Lead. 100 Crit-Rate, Defense, Crit-Damage, Defense ist der Weg, ich kann nochmal die anderen Runen zeigen und ich habe hier in den Artefakten zusätzlichen Schaden rund um Defense drin. Es geht auch so etwas wie Schaden auf Wind, würde auch Sinn machen und hier habe ich auch nochmal zusätzlichen Schaden rund um Defense drin, weil wir ja mit der dritten und ich glaube auch nicht nur mit der dritten Fähigkeit auch nochmal Multi-Hitten. Das ist vor allem wichtig dann für das andere Team später. Hier geht es erstmal nur grundlegend darum, dass er diese Debuffs trifft. Für die Debuffs braucht ihr normalerweise so um die 35 ACC, so war es zumindest in der Vergangenheit für die Abgrundetagen. Im Eisernen Dungeon war die ACC-Geschichten meistens nicht so viel, also ich habe es jetzt mit um die 30% probiert, wahrscheinlich reichen noch 35 aus, um dort erfolgreich das Ganze zu bestreiten. Dann das nächste Monster, was dann nach Zink dran ist, kann dann entweder Lauren sein oder einer der Enogamis. Ich habe mich hier für Lauren entschieden, auf Doppelwille. Vielleicht auch nochmal der Hinweis, dasselbe Spiel auch für Zink, wenn ihr merkt, am Boss selber wird es ein bisschen knapp, dass da immer wieder Stunts passieren. Dann kann man überlegen, auch Zink gar nicht auf Zorn oder irgendwas zu spielen, sondern einfach auf zweimal Wille. Und dann könnt ihr hier versuchen, das Ganze dort ein bisschen sicherer abzufiedeln. Dafür kostet es aber wahrscheinlich ein bisschen Crit Damage. Deswegen, wir haben auch die Lauren hier auf Doppelwille gemacht mit Kampfgeist, die muss halt einfach nur schnell genug sein, ACC haben für den Defense Break und die Angriffsbalkenreduzierung. Dann haben wir Raok, der ist hier auf Attack, Crit Damage und Attack. Der ist im Idealfall auch auf Doppelwille. Ich habe ihn jetzt nur auf Wille Schild, weil er noch irgendwo anders benutzt worden ist. Dann haben wir noch Crow, der hier auf Attack, Crit Damage und Attack ist hier auch wieder Doppelwille plus X. Das X kann alles sein und am Ende Würdeheal, Attack, Crit Damage und Attack, das ist tatsächlich mein Würdeheal, den ich für den Solo Raid benutze. Hier könntet ihr theoretisch auch wieder Doppelwille raufpacken. Dann würde ich sagen, gucken wir uns einmal an und dann springen wir direkt weiter zum nächsten Team. Einmal rein in den Dungeon und ihr seht jetzt, wenn der Zink die dritte Fähigkeit macht, dann sieht das schon am Anfang hier recht gut aus. Dann kommt man schnell durch. Das ist aber nicht immer garantiert. Das werden wir nachher auch nochmal sehen. Zinks dritte Fähigkeit, gerade auch am Anfang, ist nicht so der Knaller. Aber ihr seht schon, man kommt ja eigentlich recht solide und schnell durch die ganzen Trashwaves. Da, wo ihr am meisten Zeit so verschwendet, ist Amboss. Und das werden wir gleich sehen. Amboss geht es dann immer recht, recht langsam. Es sei denn, wir treffen natürlich alles. Wir brauchen hier nämlich jetzt auch auf jeden Fall den Heilblock. Und den einzigen Heilblock, das ist ja der Unterschied zwischen der normalen Etage und der Abgrundetage, ist, dass wir hier mit Heilung, also dass der Boss sich heilen kann. Und dafür brauchen wir den Heilblock. Den hat nur Loren aktuell. Jetzt ist er drauf. Und das kann das ein bisschen verlangsamen noch, das Ganze. Und ihr seht, jetzt kommen die einzelnen, jetzt kommen auch mal ein paar Stunts durch. Aber an sich sehr solides Team. Wir haben das schon mal im Livestream auf Twitch ein bisschen getestet, letztens vor kurzem. Und ich kann so sagen, im Durchschnitt wird das Ding so um die 55 Sekunden. 55 Sekunden wahrscheinlich laufen 50 bis 55 Sekunden. Dann habt ihr aber auf jeden Fall ein Abgrund-Hard-Team, was ihr hier nutzen könnt und was eigentlich recht Free-to-Play ist. Und ich denke mal, je nachdem, wie gut eure Ruhnenqualität ist, kann die Zeit noch ein bisschen nach oben gehen oder nach unten, je nachdem. Aber das ist mal das erste Team, was ich euch zeigen will. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt rein in das zweite Team. Zweite Team-Variante, die wir jetzt getestet hatten, war mit Lucian und mit Ken als Ersatz für Wörde hier und für Raok, die wir gerade rausgenommen haben. Das heißt, wir haben keine Speed-Lead mehr, wir haben jetzt die Angusskraft-Lead von Lucian. Und brauchen natürlich auf jedem der Damage-Dealer, der mindestens nicht vom Feuerelement ist, 100 Crit-Rate. Das heißt, wir gehen einmal durch. Der Lucian ist das zweitschnellste Monster. Das schnellste Monster ist hier immer noch Zink. Also Zink sollte immer noch vor Lucian dran sein, Attack, Defense, Crit-Damage. Defense ist hier der Weg und Lucian ist hier auf dem Attack, Crit-Damage und Attack-Wert. One-Shotten der Waves ist eigentlich super easy, gerade auch mit Lucian. Da braucht man keine richtig krassen Sets dafür, weil die keine besonderen Passivers haben, die Schaden verringern. Die beiden zuerst. Dann als nächstes Monster kommt dann Lauren dran, die wieder auf HP-Defense-HP-Prozent ist. Er muss halt nur quasi nach den beiden Lucian und Zink moven. Und dann kommt schon als nächstes Ken, der hier auf Attack, Crit-Damage und Attack ist. Hier noch ein bisschen ACC drin hat, damit er halt auch Debuffs verteilt oder halt auch mal Buffs runternehmen kann. Und als Schlusslicht dann wieder Crow, der hier auf Attack, Crit-Damage und Attack ist. Wieder auf Doppel-Wille und dieses Doppel-Wille kann man wieder zu allen Damage-Dealern und De-Wuffern sagen. Man könnte hier auch versuchen, überall mit Doppel-Wille noch drauf durchzugehen, weil es einfach dann noch ein bisschen sicherer ist, dass hier keinen weiteren Stun kassiert am Boss. Genug gelabert, rein in den Dungeon-Run. Da sind wir drin. Wir machen die zweite Fähigkeit hier von Zink. Normalerweise wollte ich die dritte haben. Die hier hat aber nicht immer funktioniert. Trotzdem hat Lucian dann das gemacht, was er machen sollte. Von daher erstmal alles schick. Ja, jetzt vielleicht, da ist das, was ich gerade gesagt habe, das kann dazu führen, dass es deutlich langsamer wird, weil hier jetzt ein bisschen länger am Rumzettern sein. Es kann ja auch passieren, dass der Run an der Stelle vielleicht auch schon mal so ein bisschen vorentschieden wird, wenn Lucian hier direkt rausstirbt und wir hier jetzt nicht so viel treffen von den Debuffs, die wir wirklich brauchen. Aber ihr seht jetzt schon, bisher haben wir alles getroffen. Das hat ganz gut funktioniert. Lucian ist an der Stelle jetzt schon raus. Ist nicht so schlimm, weil den brauchen wir hier eigentlich nicht so wirklich. Was wir hier eigentlich brauchen, ist jetzt gleich noch einen weiteren Defense Break. Da ist er und dann sollten wir jetzt gleich, und ihr seht, jetzt haben die alle gerade die ganzen Blitze abbekommen. Es kann auch mal passieren, dass man an der Stelle dann irgendwie gestunt wird. Und dann geht das hier recht zügig, deutlich schneller als das andere Team, was ich gezeigt habe. Und wir haben es mit dem Team auch schon geschafft. Diese 25 Sekunden, die dort stehen, sind mit diesem Team hier passiert. Also das heißt, das kann funktionieren, ist aber sehr schwankend. So viel gehört auch zur Wahrheit. Und ihr seht hier, wenn Zink mal wieder gar keine Lust hat, seine dritte Fähigkeit zu benutzen, gehört das leider, leider dazu. Da ist die KI mal wieder am Start. Und auch hier Ken, wow, ich habe noch nicht gesehen, dass Ken das so gemacht hat, wie er es gerade gemacht hat. Aber ich habe auch gerade nicht aufgepasst, ob er vielleicht die dritte Fähigkeit schon benutzt hatte. In jedem Fall, jetzt ist wieder alles drauf. Da macht Ken auch richtig viel Schaden. Ken ist übrigens die Schattenklaue. Das heißt, oh, das war richtig knapp. Das wäre ein richtig guter Run geworden. Seht ihr, deswegen geht das hier richtig schnell. Wenn man das Ding jetzt tötet, also wenn der Crow direkt getötet hätte, hätten wir eine richtig schnelle Zeit gehabt, obwohl davor so viel Müll passiert ist. Das heißt, dieses Team auch nahe Free-to-Play. Ihr seht 34 Sekunden, das ist schon ziemlich, ziemlich flink. Und ohne, dass ihr hier irgendwelche krassen Monster wie Brandia oder sonst irgendwas haben müsst. Aber ihr müsst halt ein bisschen damit leben, dass es immer passieren kann, dass die hier an der Stelle immer machen, was sie wollen. Trotzdem ist es ein fast Free-to-Play-Team, würde ich zumindest heutzutage sagen. Ich weiß, für die neueren Spieler ist es eher nicht so der Fall, weil vielleicht habt ihr keinen Zink, vielleicht habt ihr Ken noch nicht und Luzhen ist noch weit weg davon, von den Runen und vielleicht auch von der Skill-Up-Situation ausgeskillt zu werden. Aber ja, habt ihr mal jetzt hier drei Runs gesehen, den lassen wir jetzt noch durchlaufen, würde ich sagen. Aber das ist das Team, was ich als zweites euch vorschlagen würde hier für den Eisernen Dungeon-Abgrund in hart. Und ja, gucken wir mal. Zack, wie viele Sekunden haben wir jetzt auf der Uhr? Ich denke mal, die Durchschnittszeit wird hier so um die 40 Sekunden sein, wenn man immer so ein paar Ausreißer hat. Vielleicht sogar noch schneller. Also ich will immer nicht zu sehr. Ich bin da immer eher ehrlich und habe gesagt und sage dann immer, okay, wir versuchen eher so etwas, ein bisschen mehr Puffer reinzurechnen für die Leute, je nachdem, wie vielleicht auch die Runenqualität ist. Also ich denke mal so zwischen 40 Sekunden im Durchschnitt kann ja hier mal auch so richtig die KI, sag ich mal, reinscheißen. Ja, das ist das Team. Ich würde sagen, das war Team Nr. 2. Vielleicht könnt ihr das schon bauen. Das ist recht zügig. Hat mir bisher am besten gefallen tatsächlich. Und jetzt zeige ich euch noch mal eins, was ihr vielleicht schon kennen könntet, wenn ihr ein ähnliches Video vielleicht auch von Sean B. schon gesehen habt, da haben wir eine kleine Abwandlung mal gemacht davon, die er nicht gezeigt hat, aber die wir mal gezeigt haben. Und dann zeige ich euch noch mal, wie schnell das Ganze dort funktionieren kann. Dann will ich euch noch ein Team zeigen, was ein bisschen abgewandelt gleich ist von dem, was ihr vielleicht schon im Internet jetzt schon gesehen habt. Da ist nämlich das, was man aktuell so finden kann. Grüße gehen raus an Sean B., der hat dieses Team mir gezeigt. Und das soll wohl bis zu 24 Sekunden laufen. Habe ich so in der Form noch nicht hinbekommen. Allerdings, ich habe es auch nicht getestet mit Brandia, weil meine Brandia ist nicht ausgeskillt. Und da ist auch so ein bisschen der Knackpunkt bei diesem Team. Ihr müsst, wenn ihr dieses Team spielen wollt, mindestens vier Monster, nee, eigentlich alle fünf, alle fünf Monster müssen voll ausgeskillt sein. Das heißt auch die Zweiterweckungen. Und Zweiterweckungen ausgehen, geht entweder mit Devilmons oder mit weiteren Zweiterweckungen dieser Familie. Das ist ein sehr großer Aufwand, das zu machen. Und muss immer jeder für sich entscheiden, ob ihr das sofort machen könnt. Ziel ist es dann nämlich, dass Zink die erste Runde zieht, so viel Schaden macht, dass die ganzen kleinen Kristalle in Welle 1 und Welle 3 ungefähr so unter 50% fallen. Und dann kommt Gina und one-shottet mit der dritten Fähigkeit den Rest. Das heißt, Ginas KI triggert dann und wird dann zur Perfect KI, wenn diese Bedingung eingetroffen ist, dass Zink genug Schaden gemacht hat. Wenn er nicht genug Schaden gemacht hat und sie anfängt rumzudirpen, beziehungsweise andersrum, wenn sie anfängt rumzudirpen, dann heißt das so Umkehrschluss, dass er nicht genug Schaden gemacht hat. Das ist so in Welle 1 und 3 die Prämisse dafür. Das ist so ein bisschen das, worauf man jetzt hier achten muss. Ich zeige euch gleich nochmal die Runen. Achtet hier vor allem darauf. Wir haben jetzt die Crit-Rate-Lead von Ken. Das heißt, ihr könnt jetzt hier theoretisch Crit-Rate ordentlich runternehmen. Also in dem Fall sehen wir es jetzt hier. Sie bräuchte nur 67 Crit-Rate. Ich habe es jetzt auf 69 gemacht. Ich habe sie wieder auf Doppelwille. Ähnliches Spiel wie auch in den anderen Teams. Doppelwille kann hier sehr helfen. Und wir werden jetzt gleich das Ganze ein bisschen abwandeln. Wir werden nämlich keine Brandia benutzen, sondern wir werden Crow benutzen und gucken, wie gut das dann funktioniert. Weil ich auch gehört habe, dass Leute sagen, nimm doch einfach Crow. Wir werden aber gleich sehen, dass es vielleicht nicht so immer zu 100% funktioniert. Deswegen zeige ich euch hier noch eine andere Abwandlung von diesem Team dann, wo es dann wieder ein bisschen safer wird, aber auch ein bisschen langsamer. Wir gucken hier nochmal auf Zink. Den haben wir gerade schon gesehen. Defense, Crit, Damage, Defense. Sollte zuerst dran sein bei allen Monstern. Das zweite Monster, was dann dran sein sollte, ist Gina. Haben wir auch gerade gesehen. Attack, Crit, Damage und Attack. Nächstes Monster, dann natürlich wieder Lauren auf dem besagten HP, Defense und HP Bild. Und dann kommt Ken zum Schluss, beziehungsweise als vorletztes auf Attack, Crit, Damage und Attack. Auch bei allen Damage-Dealern gilt dann wieder, dass man hier auch Doppel-Wille spielen kann, um am Boss ein bisschen sicherere Runs zu haben. Aber die Wille ruhen muss man halt auch erstmal haben. Attack, Crit, Damage, Attack hier auch nochmal auf Crow. Fema brauche ich eigentlich gar nichts sagen. Ich würde sagen, wir starten mal rein und gucken mal, wie gut dieses Team hier läuft. Da sind wir einmal. Dritte Fähigkeit hat nicht funktioniert, aber trotzdem hat Gina genug Schaden gemacht. Das war gerade die zweite Fähigkeit im Übrigen von dem guten Zink und das hat nicht ganz gereicht. Also es hat gereicht, aber das muss nicht immer so laufen. Jetzt macht sie wieder die dritte und jetzt kann es passieren, dass man noch ein bisschen verstehen bleibt. Trotzdem habt ihr den Vorteil, jetzt mit Gina und mit Zink, dass ihr quasi doppelte Möglichkeiten des Buff-Blocks habt. Das ist gut, aber ihr habt jetzt keine weitere Möglichkeit für einen Heal-Block. Wir warten also jetzt aktuell erstmal wieder, dass Lawrence zweite Fähigkeit da ist und wann ihr auf sowas wartet, deswegen sagt man übrigens, dass man vielleicht auch nochmal daran denkt, einen weiteren Wille-Buff, also zwei Wille-Sets auf eure Monster zu packen. Ihr seht aber, es funktioniert recht zügig, aber zur Wahrheit gehört auch, Zink trifft nicht immer, auch wenn er vor Ausriss geht, es trifft Zink nicht immer den Buff-Block und wenn das passiert und Gina auch fehlt, dann ist der Run meistens schon zum Scheitern verurteilt. Vielleicht sehen wir auch nochmal, jetzt hat er die dritte Fähigkeit gemacht und jetzt macht sie die zweite und ihr seht, mein Damage reicht auch nicht richtig aus. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Monster, so wie sie jetzt hier gebaut sind, der Zink, der war glaube ich auf 100 Crit-Rate und auch der Ken war auf 100 Crit-Rate. Wenn ihr mit diesem Team spielt, was ich aktuell nicht mache, ich spiele mit dem Lucian-Team, dann müsst ihr natürlich die Crit-Rate senken, so dass es quasi ausreicht und dann erhöht ihr einfach den Damage aus den restlichen Werten, das heißt Defense und Crit-Damage hoch und dann sollte das funktionieren. Und genau, ich glaube das einzige Monster, was wir jetzt hier optimiert hatten, war die gute, ja, Linda, nicht Linda, sondern sie heißt Gina, die mystische Hexe. Wir haben es hier gerade gesehen, der erste, der erste Buff-Lock hat nicht funktioniert, aber Gina hat den zweiten Buff-Lock getroffen, das war sehr, sehr wichtig. Genau. Und jetzt wieder, er hat übrigens auf all seinen Fähigkeiten hat Zink die Möglichkeit zu Buff-Blocken, er hat gerade zweimal reingesch... ne, aber ihr seht, das ist das, das ist das Ding bei dem Team, wir haben hier zwei Buff-Blocker drin und ich persönlich bin der Meinung, aber das ist jetzt nur aus meinen Tests, äh, aus meinen Tests entstanden, dass die Gina gar nicht so geil ist hier. Also Gina macht hier nicht so viel, außer dieses One-Shot und da finde ich persönlich das Delusion-Bild besser. Aber meine persönliche Meinung, ich habe allerdings dieses Team auch mit Brandy ja noch nicht getestet, also das heißt, ihr seht jetzt auf einmal, ist hier eine 1.13 dabei. Dabei sollte das eigentlich, zumindest laut, äh, laut einigen, laut Sean B. hier zum Beispiel, sollte das hier eines der schnelleren Teams sein. Meiner Meinung nach ist das überhaupt nicht schnell, weil gerade auch die KI von den beiden so sehr abhängig ist von vielen Bedingungen. vielleicht, vielleicht läuft dieses Team mit Brandy dann nochmal deutlich, deutlich schneller. Kann sein, habe ich nicht getestet. Was ich euch empfehlen kann, ist das Delusion-Team, was wir gerade gesehen haben, oder wenn das hier für euch ein bisschen zu unsafe ist, noch eine Fran hier reinzustellen, dass ihr die Fran dann sozusagen hinter Lauren moven lässt, ähm, lasst und dann, dass Lauren quasi den Defense Break macht, dann kommt der Buff von, von Fran und dann macht Ken dir das restliche Zeug. Das können wir auch nochmal ganz kurz, äh, durch, äh, laufen lassen, dass ihr das mal seht, so ungefähr. Ist nicht super schnell, aber das wäre zum Beispiel ein recht stabiles Team noch, was ihr machen könnt, wenn ihr mit dieser Zink-Agena-Kombo spielen wollt, oder ihr spielt es halt einfach mit der Luschen-Kombo. Da ist jetzt, da ist jetzt der Damage, äh, mit dem Attack-Buff von, von Ken gewesen, genau. Aber ihr seht, der Schaden bei mir reicht noch nicht ganz, da muss man noch ein bisschen optimieren, aber habe ich jetzt nicht gemacht. Ich wollte euch das nur mal so grundlegend zeigen. Da ist der zweite Buff-Block. An der Stelle hat es sehr gut funktioniert. Jetzt kommt der Damage von Ken. Wir haben auch jetzt die Immunität-Vorteil, wenn ihr mit Fran spielt hier. Die Immunität sorgt dafür, dass ihr halt keine weiteren Wille ruhen. Dieses Doppel-Wille-Zeug bräuchtet ihr hier theoretisch nicht, wenn ihr Fran mit dabei habt. Und vielleicht macht ihr eure Gina auch ein bisschen mehr, äh, tanky, weil die ist ja gerade einfach komplett aus dem Leben gerippt. Aber ja, das wäre so eine Alternative. Ich bin von diesem Team hier tatsächlich überhaupt nicht überzeugt. Das zweite Team, äh, hat mir am besten gefallen. In meinen Tests, die wir jetzt letztens auf Twitch gemacht haben, sucht euch eins dieser ganzen Teams hier aus, die ihr hier haben wollt. Ich finde, das dauert jetzt mir schon wieder persönlich viel zu lange. Guckt einfach, was euch gefällt. Testet durch. Und falls ihr da draußen noch weitere Team-Ideen habt zu den neuen Abgrundetagen hier vom Eisernen Dungeon, schreibt es gerne unten noch in die Kommentare. Wir Content-Creator sind ja auch nicht perfekt und mehr Augen sehen mehr. In dem Sinne, ich sage danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann einfach im nächsten Video wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.